Die sind klasse, ein bisschen eng am Detaille, aber das wird schon gehen. Okay, spring in die Kiste und ich schlöse dich durch den Kontrollpunkt. Dass es gut rauskommt. Die Goldkette. So, dann mal schauen, was uns hier in der Fabrik erwartet. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir uns hier verstecken. Und es gibt welche. Go, 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 go! Okay. Ich sehe es schon. Schnell in die Kiste. Das war knapp. Hier gibt es doch sicherlich irgendwo ein paar Secrets. Oh shit. Das war doof. Möglicherweise. Wir gehen hier außen rum. Der bewegt sich gar nicht. Der bewegt sich gar nicht. Was? Zu meiner Wohnung verloren. Die Wächter haben sich geweigert, mir zu helfen. Sie sagten nur, wenn du nirgendwo hingehen kannst, mehr Arbeit. Was? Mehr Arbeit hier. Wenn du mich vielleicht helfen könntest, sie zu finden, wäre ich dir ewig dankbar. Ja, ich kann es versuchen. Ich denke mal, wir müssen später wieder zu ihm zurück. Wir müssen da auf das Teil springen und dann so drüber. Da, da. Und dann da zum Tor hinein. Okay, I see. Oh shit. Das wird ja nervig. Okay, wir können hier das Tor öffnen. Oder weiter gehen. Ich öffne mal das Tor. Das ist eine Abkürzung, wie es mir scheint. Halt. Okay. Junge, Junge, Junge. Den können wir nicht sprechen. Ich finde es ja spannend, dass die Kameras... ziemlich egal sind. Okay. All right. Okay. Okay. Routine, Routine Mode. Okay, das Ding fällt mir jetzt. Aber es ist... Hä? Ah, nein. Wait. Jetzt fällt das Ding runter. weiter. Okay. Ah. Wir müssen das Ding wegkriegen, damit wir die Tone hier durchkriegen. Was das hier macht. Keine Ahnung. Da gibt es noch ein zweites Ding. I see. Komm mal hier rüber, bitte. Und dann können wir da den Hebel betätigen. Dann haben wir hier einen zweiten Kumpanen. Dann haben wir hier einen zweiten Kumpanen. Der uns folgen kann. Und den stellen wir hier drauf. Und der hier. Kommt dann wieder hier drauf. Bitte. Dann bleibt das. Und der hier. Oh shit. Nicht gut. Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier weg verschwinden. Bevor die Wächter auftagen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Aber wo ist der Schlüssel? Ich würde dem Typen gerne den Schlüsselzug bringen. Aber ich weiss nicht, wo der ist. Dann haben wir das wohl vergeigt. Ja. Gut. Dann halte. Let's go home. So, du beginnst wegen den kleinen Frame Drops. Manchmal hat das Spiel ein paar Probleme. Was ist das? Ähm. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo Clementine war. Und. Und. Unser Kontakt bleibt jetzt einfach nicht viel mehr da. Scheint nur so. zu sein. Was? War das nicht hier? Hier. All die Arbeit für nichts. Glaubst du, der Ganove hat ein Auge auf meine Vintage-Karren zusammengeworfen? Wer denkt ihr? Wer denkt ihr? Ihr könnt uns davon abhalten, in unserer Route abzuhängen? Und. Ihr könnt uns nicht den Platz klauen. Aber nicht unsere Moves. Ups. Sorry. Nichts hat einen Sinn. Wenn wir nicht tanzen können. Was ist denn los? Bitte Ruhe bewahren. Es ist eine Suchaktion im Gange. Bitte Ruhe bewahren. Es ist eine Suchaktion im Gange. Bitte Ruhe bewahren. Haben sie Clementine gefunden? Könnte gut möglich sein. Sie nun wissen, dass Clementine hier ist. Und sie mitgenommen haben. Und sie mitgenommen haben. Pfff. 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 Ganz knapp. Das Ding. Okay. Hier kommt zwar glaub ich. Niemand hin. Und da kommen wir nicht hoch. Ist abgesperrt. Zwei. Shit. Tsch, tsch, tsch! Ups! Der hat uns doch gesehen! Okay, da drüben kommt man hoch. Ah, das Ding ist halt da. Und da ist das. Außenrum kann man auch nicht. Aber so können wir uns durchschleichen. Ähm... ... 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